So meine lieben Rust Freunde, willkommen hier zurück zu Rust. So, ich muss erstmal den Timer starten, sehr schön. Ja, die Basis steht noch, die Basis steht noch. Ja, es sind so einige Stunden vergangen. Ja, schön schön, Türen sind soweit hier alle drin. Ich hatte hier noch ein Dreieck hingesetzt, ein Dreieck. Dreiecks Foundation, noch eine Tür reingeklatscht, reingesetzt. Insgesamt fünf Türen, mach mal die Tür zu hier. Fünf Türen, da draußen fliegt der Helikopter. Jetzt wollen wir erstmal die Lage checken, da ja so einige Stunden vergangen sind. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier so... Einige Stunden ist gut, ne? Ähm... Ich überlege... Ja, so mehr als 14 Stunden. Ne? Ich suchte ja nicht so rast durch wie andere... Manche andere Gesellen, sag ich mal. Base, base, base. So, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie Nachbarn haben oder so. Deswegen auch erstmal ohne Bogen raus. Ich möchte ja nicht direkt gleich wieder... Das habe ich doch nicht gebaut da. Sind hier immer noch genauso viele Ressourcen wie gestern? Mal gucken, wenn wir mal. So, wer ist jetzt aber online? Wer online ist, weiß ich gerade nicht, aber 23 Leute. Wie über 24 Leute? Noch so ein paar Leute sind noch da. Noch? Ja, wir wollten noch ausbauen, ne? Aber wir checken erstmal die Lage hier. Irgendwo stand auch eine Holzbase, ne? Irgendwo unten am Wasser. Ui, wo war denn das noch? Wisst ihr das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ui, ich glaube bei AA-11. AA-11, glaube ich. Ich glaube, da gucken wir mal. Mal schauen, ob die noch da ist. Ich meine, das war da. Ja. Können auch mal bei den großen Basen vorbeischauen. So, wenn hier überall Ressourcen sind, ist schon mal ein gutes Zeichen. Stimmt, hier vorne direkt muss die Basis sein. Oder sie ist schon zerfallen. Wo ist mein C4? Schreibt ein. Ah, hier vorne, rechts ist sie. Können wir mal zum Leuchtturm sonst, ne? Schauen wir mal gucken. Kommt, wenn du offline bist, das C4. Was die Base noch keiner geknackt hat. Die könnten wir eventuell raiden hier. Mit der, mit der, okay, rechts eigentlich am C11, zwischen C11, okay, ja. Mit der EOKA, EOKA, EOKA. Pistole gedöhnt, dauert natürlich Stunden, ne? Ach komm, wir gucken mal, das wäre wie in der Karte, grünen Karte oder so. Wir haben auch nicht viel Zeit, glaube ich. Das wird, glaube ich, schon bald wieder dunkel. Weil man kennt es ja. Ich werde doch einen Bogen mitnehmen sollen. Nein, komm, ist egal. Nein, komm, ist egal. Das höhere Leuchtturm. Wir gucken mal, wenn die Kiste oben... Ganz oben ist sogar eine Kiste. Ich kann eine Kiste sehen. Ich sehe eine Kiste. Ganz oben kann ich sehen. Ganz oben. Ich will immer mittlere Maustaste am Mausrad drücken, wie bei Daisy. Geht aber nicht. Geht nicht. So, ich hätte vielleicht doch noch eine Piki oder so mitnehmen sollen, aber dahinten ist eine Basis. Ist die zerfallen dahinten? Wir sollen einmal von Leuchtturm umgucken. Baut denn da so eine Base? Naja, ich habe ja auch mal irgendwo am Arsch... Oh. Hat er allerdings gesagt. Darf man nicht. Darf man nicht. Oh, man muss ja aufpassen heutzutage bei YouTube. Hier könnte man natürlich mal... Ach, hier ist ja keine... So, wo ist hier eine Karte? Geh mal her hier. So. Oh, ordentlich eine Sicherung. Oh, er hat Sicherung gesagt und nicht Batterie. Also, Chat aktiv sind hier die Jungs richtig, ne? So, hier heilt das ein bisschen. Hab ich schon... Ne. Das können wir mal leeren hier. Wenn wir mal open... Ey, gar keine open. So, ist auch gleich kaputt hier, ne? Sieh schon kommen. Dann sitzt da oben einer und wartet auf uns. Mal schon mal was reinschmeißen und was wir nicht brauchen hier. Lass mal durchlaufen. Wenn einer kommt, das klaut. Wir können uns eh nicht richtig... Äh, räumen. Gut, wir können mit der Karte... Wir können uns ja mit der Karte verteidigen, falls einer kommen sollte. So. Ich kann mit Stein kräften. Immerhin. Mit Stein kann man auch Headshots verteilen. So. Achso. Ne. Bum, 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 bum. Bisschen Loot. Bisschen Loot. Lass mich rein. Es war ja klar, dass auch noch eine Kiste ist. Müssen wir uns ja eigentlich nur umdrehen. Ach, da oben ist eine Kiste. Ups. Oh, ich liebe diese Leitern. Ich kann da einfach nicht mehr um. Jetzt entfernen, Lassette. Was ist denn das links von der Base da? Ist da was auf? Ist da nichts auf? Von der Basis? Auch eine Sicherung. So, mal ein bisschen Luschen hier. Sehen wir eventuell noch was? Ne, ne? Och. So. Andere Kiste nicht vergessen. Die war doch hier unten. Was ist blinkt? Ich guck mal, wie viel die Sicherung hier. Funkmelder. Ein Funkmelder erzeugt einen hoher, hörbaren Ton. Wenn ein Signal auf der abgehörten Frequenz empfangen wird, kann Sturm geschalten. Wozu ist denn das alles? Ich hab mich dann noch gar nicht mit so beschäftigt. Dann muss ich... Ja, ich muss hier. Irgendwann falle ich da noch komplett runter. Mal mit der Kamera zum Beispiel an der Base anbauen da und dann beobachten, wenn da fremde Rassler kommen. Wäre vorteilhaft, weil wie beim letzten Mal, wo der Dick und ich gekämmt, also ja, gekämmt, gekämmt wurden. Wo sie uns geradet haben. Das ist halt, dass man halt schön von draußen beobachten kann, was die halt so machen. Ich muss mich echt damit mal befassen. So. Das werden wir jetzt erstmal alles schrotten. Brauche ich davon drei? Ja, die braucht man schon, ne? Und ein Hemd anziehen. Schönes, dreckiges Hemd. Na, immerhin nichts Großartiges, aber ein bisschen hier Metall. Ja, 260, so ein bisschen so. Base wird mich schon interessieren da hinten, ne? Das Boot ist weg. War da nicht eben noch ein Boot? Oder sehe ich das von hier jetzt nicht? Er ist bestimmt jetzt rübergekommen. Gleich schießt er uns ab. Er wartet bestimmt hier an den Ecken. Lass mich doch hier durch. Normal hätte ich das Boot ja gehört. Oder, Leute? Da war doch eben noch ein Boot. Das ist jetzt hier das Boot, ne? Bestimmt das Boot. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich möchte da reingucken, ob da irgendwie öffnen. Ne. Da muss aber hinsetzen möchte ich mich auch nicht. Da muss auch Sprit oder irgendwas rein, ne? Mal brauchst du doch Sprit. Weitere Optionen sind verfügbar. Naja, Boot fahren möchte ich jetzt nicht. Öffnen. Das ist drücken. Öffnen. Ne, lass mal. Da hinten ist ein Boot am Land. Boot fahren und dann zur Öl-Öl-Öl-Öl-Öl-Öl-Öl-Öl-Plattform. Brauchen wir auch eine Karte, ne? Dann muss ich noch mal nachschauen. Ich kann mir ja nichts merken, gewiss das ja. So, wo geht's denn nach Hause? Also da, wo ich gestorben bin, okay. Also da, wo ist die Karte. So, wie? Ach, diese Ruhe vor den Sturm. Wo ist denn jetzt meine Base? Hier rechts. So schön Metall hier, Schwefel. Da ist jetzt einer vor der Tür und wartet. Ich finde es ja schön, dass es hier noch so schön ruhig ist, ne? Vor allem noch ist es ruhig. So, da haben wir schon wieder schön ein paar Sachen gesammelt. Ich finde es schön. Fünf Seile, ja, da können wir mit losgehen. Da kann man was mit anfangen, da können wir raiden. 108. Okay, dann können wir eine Bergbank herstellen, ne? Da brauchen wir noch ein bisschen was, ne? Ach, Nagelpistole, da war ja, das hätte ich ja immer kräften können, ne? Könnte man noch, Metallfragmente, Metallschrott. Ne, Moment, erstmal die Bergbank. 500 Holz. Holz hab ich doch. Ich hab doch irgendwo Holz hier. Achso, äh, da rein und dann hier rechts. Hoho, ein bisschen Holz. Guck mal hier, zwei Bögen und die hätte man mitnehmen können, ne? Aber, jetzt gab's doch keinen Feinkontakt. Ach ja, wo, Bogen? Ich hab doch wieder Stoff gefunden. Ich mach noch einen Bogen. Da können wir auch nochmal mit dem Bogen raus. Weil, öfter vor allem, öfter. Ich muss mich auch mal wehren können, zwischendurch. Werkbank ist am Craften. Hier ist die Yoga-Pistole. Könnte man unten die Base, aber ganz ehrlich, die, 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 eine Foundation da. Aber, mhm, die Base, wird nicht viel drin sein, ne? Würde nicht so viel drin sein. So, wir stellen erstmal gleich die Werkbank auf. Bogen ist fertig. Könnte eigentlich noch mal ein bisschen Pfeile. Ach Stein, ja, wir wollten ja die Base erweitern. Stimmt, machen wir dann, wie der Tag ist. Dann muss ich auf jeden Fall die Base erweitern. Wir haben ja auch ein bisschen Ressourcen hier. Wir haben ja ein bisschen laufen lassen. Können wir noch ein paar Türen bauen. Ich muss ja auch wieder, äh, die muss ich auch glücklich machen. Hätte ich mal vorher anmachen sollen. Und, äh, bevor ich hier die Runde losgelaufen bin. Das war wieder ja Zeitverschwendung. Also, verschwendete, ne, Zeitverschwendung nicht. Oder? Doch. Also, die Zeit hätte ich nutzen können, wo ich gerade unterwegs war, um mir ein bisschen zu brennen. So kann man das sagen, ne? Die Zeit habe ich nicht genutzt. Hätte ich schon längst brennen können. So, Werkbank steht. Äh, Werkbank steht gleich. Eventuell kann die auch... Wäre das zu eng hier, ne? Ne, ganz ehrlich, die packe ich vorne. Das mache ich, wenn es hell wird. Ist da gleich düster hier. Ich könnte aber das Feuer anmachen. Wenn da denn... ...Holz drin wäre. Die Werkbank machen wir hier hin. Okay, komm. So. 58 Schrott. Wie viel Zahnräder habe? Vier. Hört noch einige Sachen bei zum Schrotten, ne? Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen ist dabei, was ich noch verschrotten kann. Ähm. Okay, ich werde diese Folge jetzt erstmal beenden. Ist sowieso... Nacht. Jo. Und dann schauen wir mal. Grüne Karte haben wir. Brauchen wir eigentlich noch die blaue Karte? Nochmal besorgen. Ähm. Ja. Ich muss mal überlegen, was wir in der nächsten Folge veranstalten werden. Was wir machen werden. Ach ja. Bauen. Basisausbauen. Stimmt. Basisausbauen nach oben hin. Dass wir oben noch eine Etage drauf kriegen. Das werden wir dann machen in der nächsten Folge. Leute, danke Ihnen wieder fürs Einschalten. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.